In einer Zeit von Corona kommen natürlich Fragen, wie finden die Menschen wieder zurück zur Arbeit? In erster Linie ist es natürlich notwendig, dass man die Menschen schützt. Der erste Step ist Heimarbeit. Wenn sie wieder langsam zurückkommen, sie zu schützen in einer Mompiente, wie hier diese Einrichtung von USM. Und die spannende Frage, wie sind ein modulare System? Wie können wir innerhalb dieses Baukastens möglichst, dieses modularen Systems, Schutzmaßnahmen realisieren? Dass Menschen sich gegenüber sitzen können, arbeiten können, trotzdem geschützt sind. Dass sie besprechen können mit einer gewissen Distanz, trotzdem geschützt sind. Und genau solche exemplarischen Lösungen haben wir realisiert. Zum Großteil innerhalb des Standardsortimentes von USM, innerhalb dieses Produktsortimentes, teilweise mit ganz kleinen Adaptionen nur, konnten wir genau das realisieren. So, dass sie nach einer Zeit von Corona natürlich auch wieder zurückgebaut werden können, zu ganz normalen Situationen.